Das ist unsere Position. Das war, bis vor zwei Minuten, noch ein Verbanden-Vorposten. Ich sage wahr, weil er jetzt uns gehört. Chief, wovon redet sie da? Jetzt kommt der coole Teil. Den Verbanden sind noch mehr Yonessi-Vorposten in die Hände gefallen. Ähm, in die Pranken. Die haben ja Pranken. Jeder ist mit einem Gebiet verbunden. Hier ist die Position des Yonessi-Signals, das ich verfolgt habe. Und zwei weitere Vorposten. Markieren. Los geht's. Dann los. Was? Da hin? Irgendwas ist doch immer los. Ich will meine Ruhe. Bin einsatzbereit, Chief. Lassen Sie uns abhauen. Bis zum nächsten Mal. Bin einsatzbereit, Chief. Bist es nicht. Ich bin ein Schiff. Bin einsatzbereit, Chief. Über ein Lassen Siegel. Wir sind schünen, was ich in die Situation der Vergangenheit verfolgt. Ich bin ein Füß. Ja, ich bin ein Schiff. Aber es wurde mir geschickt. Aber jetzt bin ich dein Schiff. Ich bin ein Schiff. Und ich bin ein Schiff. Es ist wunderschön, oder? Für Matja. Ich hab eine Frage. Ich wurde geschaffen, um Cortana zu stellen, aber ich weiß nicht, warum. Was hat sie denn Falsches getan? Sie war das Ziel. Ich verstehe das, aber... Ist es geheim? Ich habe nicht alle Informationen. Chief, das ist verrückt. Ich sehe Verwandte. Überall. Haben Sie verstanden? Welche Infos gab Ihnen Dr. Hallsey vor Ihrer Mission? Und sie sagt anderen nur, was Sie wissen müssen. Nimm Pelikan direkt ins Feindgebiet fliegen. Wird niemand bemerken. Tolle Idee, Großer. Ich verstehe trotzdem Ihre Löschung nicht. Da scheint ein Puzzleteil zu fehlen. Wie erwartet. Aufgeflogen. Voll aufgeflogen. Verbandenanlage voraus. Gepanzert. Sehr stark gepanzert. Das muss jetzt wohl warten. Wie nah können wir ran? Wie nah? Wie nah? Wir sind unbewaffnet und... Landen Sie hier. Hier? Wir ziehen das durch? Ich hoffe, das reicht, denn besser wird's nicht werden. Das ist nah genug. Das hoffe ich. Ich verschwinde von hier. Wir nähern uns dem Ursprung des UNSC Signals. Quelle. Unklar. Auf den verbannten Kanälen herrscht zu viel Betrieb. Ich höre oft vom Turm. Wahrscheinlich das Hauptgebäude, das wir beim Anflug gesehen haben. Schauen Sie da unten. Wir nähern uns dem Vorposten, den wir entdeckt haben. Erledigen Sie diese... Monster. Bringen Sie mich zu diesem Terminal. Dann zeige ich Ihnen, was ich kann. gesagt. Muss das denn? Joachim ist! So ist das, was ich mache. Ich bin mit dem Anzahl. Ich bin mit dem Anmarsch. Ich bin mit. Nein, ich bin mit dem Anfasi. Esology, das bin mit dem Anfasi. Ich bin mit dem Anfasi. Ich bin mit dem Anfasi. Ich bin mit. Ich gehe da lang. Kommt mit mir. War das die Waffe einsatzbereit? 37 Minuten 52 Sekunden, Captain. Das geht vermutlich nicht schneller. Das fragen Sie wohl besser, Sie. Nun gut. Ist die Eskorte in Position? Also, sechs Molzen und Fregatten der Vorruf sind bereit zum Ausrücken. Verstanden. Sie sollen Kurs setzen. Volles Tempo. Wir kommen hoffentlich gleich nach. Das gefällt mir nicht. Wir sind hier zu verwundbar. Sehen wir mal. Ja, ich hatte recht. Ich muss nur mit diesem Verbandensicherheitsprotokoll plaudern. Und mit plaudern meine ich. Aus dem Weg schaffen, weil es wirklich nicht sehr smart ist und... Na also, damit hätten wir einen zweiten Vorposten. Waren Sie das? Bestätigt. Und jetzt? Wollen Sie das UNSC wieder aufbauen? Stück für Stück? Seine Entscheidung. Ich versuche nur zu helfen. Wo wir davon sprechen. Jeder Vorposten ist mit dem Kampfnetzwerk verbunden. Und wenn ich das tue, können wir herausfinden, was die Verbanden planen. Zum Beispiel ist hier drüben eine Art Verbanden-Außenposten. Funktion? Unklar, aber es ist gut gesichert. Also lohnt es sich, ihn zu besuchen. Und hochzujagen. Und hier ist jemand, den ich als wertvoll für die Verbanden einstufe. Und zwar sehr. Notiert. Seine Akte ist... Aufschlussreich. Sie ist in der Datenbank hinterlegt, falls Sie selbst mal reinschauen möchten. Sie verfolgen auch UNSC-Transponder. Lager, die wertvolle Ausrüstung und Informationen enthalten. Oh nein. Anscheinend versuchen mehrere UNSC-Trupps... ...zu überleben. Sie brauchen Hilfe, Chief. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF- Wish размynchen. Untertitelung des ZDF, 2020